Es gibt eine Katalog Neuheit für Sie und das hier jetzt bei uns bei Pearl TV selbstverständlich zum TV-Sonderpreis. Das ist ja immer das Schöne hier bei uns, wenn Sie bei Pearl TV einschalten, dass Sie die tollen Produkte aus dem Katalog, und den haben Sie ja wahrscheinlich zu Hause, da können Sie ja drin blättern, hier bei uns bei Pearl TV dann zum TV-Sonderpreis bekommen. Und dann schlagen wir mal gemeinsam auf, wir blättern mal, haben Sie den Katalog zu Hause, können Sie mal mitblättern, auf Seite 61. Auf Seite 61, da sind tolle Radios, aber nicht so, wie man sie von früher kennt, sondern hier, das sehen wir schon, neu, und zwar ein Radio, hier, mit vielen Extras, so richtig eine technische Innovation. Und da wird der Musikgenuss, ja, der wird so richtig wow, der wird sensationell, egal was Sie hören möchten, wirklich. Das wird spektakulär und das wird ganz neu und ganz anders. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, hier mit meinem Kollegen, weil der sitzt hier schon. Mit diesem Schmuckstück, muss man ja wirklich sagen. Und schon allein optisch, das hat genau das Aussehen, was ich mir von dem Radio wünsche. Es ist holzbauweise, es ist schön groß, ist auch sehr leistungsstark hier jetzt, mit 60 Watt Musik Spitzenleistung, und es ist technisch auf dem allerneuesten Stand. Was Sie machen müssen, ist, wenn es zu Ihnen kommt, es auspacken, die Stabantenne raus und Stecker in die Steckdose. Alles andere macht das Radio eigentlich fast ganz davon allein. Wie zum Beispiel die Uhrzeit. Die stellt Sie ein, weil Sie das erste Digitalradio empfangen haben. Und das geht eben hier mit. Digitalradio, aber auch das analoge UKW und vieles mehr. Und das ist so eine kompakte Anlage. Also das hätte es früher nicht gegeben. Und hier haben wir noch etwas, da gehen wir ein bisschen zurück zur Nostalgie. Weil es ist das modernste Radio, was derzeit auf dem Markt ist. DAB Plus nennt sich das. Aber die Nostalgie, die finden wir hier in diesem kleinen Steg. Das ist nämlich ein CD-Fach. Also hier Moderne mit Nostalgie, mit den CDs verbunden. Aber viele haben ja noch CDs zu Hause. Also wahrscheinlich Sie auch. Und dann sagen Sie trotzdem, oh, die CDs, die möchte ich zwischendurch trotzdem gerne hören. Gerade so die Lieblings-CDs. Und die kann man hier dann perfekt hören. Ja, und wenn wir jetzt mal, ich halte es mal ein bisschen schräger, dass wir das Display sehen. Ich hoffe, Sie bekommen das richtig schön mit. Jetzt sind wir im Stand-by-Betrieb und sehen nur die Uhrzeit. Jetzt schalte ich mal ein. Und dann sehen wir gleich, auf welchem Status es jetzt im Moment ist. Ist auch CD. Gut. Dann schaut er jetzt, ob eine drin ist. Ist keine drin. Dann legen wir jetzt mal eine ein. Ich habe hier zufällig eine, eine deutsche Band hier. Band-Geschwister, die legen wir jetzt mal ein. Also Sie haben mit Sicherheit auch noch Ihre CDs zu Hause. Und jetzt liest und hier sämtliche Funktionen, Start. Und dementsprechend kann ich die jetzt anhören. Hier, Nummer 1 hat es sofort gefunden. Und jetzt können wir es uns anhören. Lautstärke noch regulieren. Und los geht's. Also CD, das ist schon mal hier ein richtiges Highlight. Na, jetzt noch mal Play. Ah, ich bin auf Pause gegangen. Siehst du? So, jetzt haben wir es. Und das macht richtig Spaß, auch mit Discs. So, jetzt gehen wir aber weiter in der Funktion und schauen, was als nächstes kommt. Und USB, hier haben wir nämlich, oh, übrigens zwei USB-Steckplätze. Einmal ein Charging, also das heißt aufladen. Da kannst du dein Smartphone aufladen. Oder zum anderen hier eben USB-Sticks abspiegeln. Machen wir doch jetzt auch mal. Hier schauen wir gleich, stecken wir rein. Er liest es, findet es und spielt es auch sofort ab. Also das ist ganz, ganz einfach. Wir können aber weiter in der Funktion. Aber man kann hier schon mal erahnen, was da für eine Lautstärke und Kraft dahinter hängen. Und wir sind jetzt gerade mal beim 15, ja. Und das geht, glaube ich, bis 40. Also 60-Wand-Musik-Spitzenleistung ist schon riesig. Ich mache es aber mal wieder leiser. Und wir gehen weiter in der Funktion. Jetzt haben wir hier AUX. Das heißt, ein externes Audio-In. Und das haben wir auch hier vorne. Da kannst du jetzt einen MP3-Player oder von mir aus auch ein Smartphone, das kabelgebunden angeschlossen werden soll. Kannst du hier kabelgebunden anbinden. Aber es geht natürlich auch ohne Kabel. Weil hier sehen wir Bluetooth. Bluetooth, das ist auch ein Bluetooth-Lautsprecher der Extraklasse. Also jetzt dein Tablet, dein Smartphone verbinden und das hier als Bluetooth-Lautsprecher benutzen. So, Bluetooth, jetzt sucht er natürlich etwas. Wir haben jetzt kein Bluetooth-Gerät, das wir verbinden. Deshalb gehen wir weiter. DAB, also analoges, hier nicht analog, sondern digitales Radio. Hier, Sie sehen, sobald ich drin bin, automatischer Suchlauf. Das wird es auch bei Ihnen zu Hause machen. Bei uns hier im Studio. Wir sind abgeriegelt. Wir lassen keine Funkfrequenzen hier mit rein. Und deshalb werden wir jetzt kein digitales Radio hier drin finden. Sie zu Hause werden das ohne Probleme finden. Und damit stellen Sie auch gleichzeitig die Uhr ein, weil sobald es eingestellt ist, synchronisiert sich die Uhr mit den übermittelten Daten des Radios. Und DAB+, das ist einfach die Radio-Zukunft. Wer jetzt verdenkt, oh, was kann da der Unterschied sein? Also es gibt verschiedene Unterschiede. Der erste ist ganz, ganz klar, und das ist für mich der Wichtigste, die Klangqualität. Denn man kann DAB+, von analogen Radio so ungefähr unterscheiden wie früher, Schallplatte zur CD. Als ich meine erste CD gehört habe, habe ich gedacht, ich sitze im Konzertsaal, weil es so ein krasser Unterschied war. Und so ist das auch beim Digitalradio zum Analogradio. Aber ein weiterer Vorteil ist die Sendervielfalt. Immer mehr Radiosender sind im Digitalnetz. Das heißt, ich finde hier jetzt auch mal einen Sender. Wenn ich, ich sage mal, ich wohne in Berlin und komme aber aus dem Schwarzwald und möchte dort den Haus- und Hofsender hören. Schwarzwaldradio zum Beispiel, ja, ist ja so ein bekannter Sender. Dann stelle ich den einfach ein und höre auch in Berlin einen Sender aus dem Schwarzwald bei bester Qualität. Und ich habe nebenher in dem übersichtlichen Display auch noch Zusatzinformationen wie Interpret, wie heißt das Album und, und, und. Und natürlich verlieren wir hier die Gegenwart nicht aus dem Auge. Wenn ich jetzt eins weiter drücke, sehen wir auch FM-Radio, also UKW-Radio ist natürlich mit dabei. Auch hier sind wir hier natürlich nicht zu empfangen bei uns im Studio. Aber bei sich zu Hause werden Sie ganz normal Ihre Sender empfangen können. Und wir haben 20 Sender-Speicher. Also du siehst, Nostalgie und Moderne in einem Gerät vereint. Allerbeste Klangqualität auch durch die 60-Watt-Musik-Spitzenleistung. DAB+, CD, Bluetooth-fähig, USB-Stick, FM-Radio. Habe ich noch irgendwas vergessen? Externer Anschluss haben wir natürlich auch noch. Und ein fantastischer Preis. Ja, Sie sehen es eingeblendet. 113,91 Euro Ihr TV-Sonderpreis an der Stelle. Aber hier, schauen Sie mal, im Katalog natürlich schon sehr gut. Nur 119,90 Euro bei uns immer reduziert. Das ist das, was ich sage. Selbst die brandneuen Produkte aus dem Katalog, super. Bei uns hier dann schon zum TV-Sonderpreis für Sie. Hier immer einschalten, gleich zum TV-Sonderpreis bestellen, weil Sie es hier bei uns immer noch mal günstiger bekommen. Sie bekommen jetzt natürlich hier direkt das tolle Radio innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Hause. ZX 17, 77, 569. Denken Sie immer an die 569. Das ist dann wichtig, wenn Sie jetzt anrufen, dass Sie auch wirklich den TV-Sonderpreis bekommen. Ja, bei der Bestellung dann immer die Bestellnummer vollständig angeben bei den Kollegen im Callcenter mit der 569. Reif macht uns hier noch mal ein bisschen schöne Musik, weil das Gerät hat wirklich durch diese Holzbauweise auch einen fantastischen Klang, das muss man noch mal sagen. Richtig, und die kannst du wirklich überall in der Wohnung aufstellen. Als Küchenradio vielleicht. Also alles, was ich mache, können wir übrigens auch über die Fernbedienung machen. Ach, die ist auch mit dabei? Die ist natürlich mit dabei und die ist sehr, sehr umfangreich. Also auch hier Lautstärke einstellen, CD abspielen, sogar eine Mute-Taster haben wir dran und so weiter und so fort. Also du kannst das in der Küche als Küchenradio morgen zum Frühstück oder natürlich im Wohnzimmer bei der Klangstärke einfach mal Musik hören oder auch im Schlafzimmer auf dem Nachttisch. Da auch, da wollen wir auch ein bisschen Musik hören, da haben wir auch noch so einen Einschlaftimer mit drin. Das heißt, das kann ich bis 90 Minuten einstellen, so zum Einschlafen, da geht es automatisch aus und weckt mich auf Wunsch auch am nächsten Morgen, denn ein Wecker ist auch noch integriert. Dann wirst du mit deinem Lieblingssender und dann hoffentlich in digitaler Qualität eben, wenn sie den eingestellt haben, wirst du dann geweckt und das ist ja auch was Schönes, oder? Oh, das ist doch toll, oder? Kein Rauschen mehr, kein Krüsseln, sondern hier wirklich bestes Radio und dann auch noch der Lieblingsradiosender. Also wirklich so eine richtige Vielfalt und auch nicht nur Musik, sondern ja auch Informationen. Das ist ja dann auch schön, wenn man mal durchschalten kann und dann auch, wenn man zum Beispiel mal ein Sportereignis im Radio hören möchte, das dann auch wirklich in bester Qualität hören kann und so was. Also ganz toll, unser digitales Radio hier mit den vielen, vielen Extras für Sie brandneu aus dem neuen Katalog, jetzt hier schon bei Pearl TV zum TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer nochmal, die ZX 1777569, 113,91 Euro, der TV-Sonderpreis für Sie. Da können Sie jetzt bestellen, der TV-Sonderpreis ist ab jetzt zwei Stunden für Sie gültig, deshalb, den dürfen Sie sich wirklich nicht entgehen lassen. Am besten immer gleich anrufen, all Ihre Bestellungen des Tages werden ja eh zusammengefasst und gesammelt und Sie zahlen nur einmal täglich Porto- und Versandkosten. Wir hören noch ein bisschen hier Musik, das hört sich toll an.